Während Olli zuletzt bei einem Live-Auftritt von Björn Katilatu die Konfrontation gesucht hatte, hast du mit Amira Geb MST? Blüht seine Noch-Ehefrau zurzeit bei einem Skiurlaub in Österreich wieder auf. In der jüngsten Folge ihres Podcasts Liebesleben mit Bruder Hema gewährt Amira nun Einblicke in ihr Seelenleben. Ich hatte einfach nur Lust, mich zu verkriechen, sagt sie über die schwere Zeit nach der Trennung von Olli Ende August. Aber man muss raus und weitermachen. Und genau das haben die Pochers jetzt wohl vor. So offenbarte Amira weiter, wir haben ja telefoniert vor ein paar Tagen, Olli und ich. Eine Art Durchbruch, immerhin soll das Ex-Bar bis dato nur über das Nötigste, wenn es etwa um die beiden gemeinsamen Söhne, drei, vier, ging, miteinander kommuniziert haben. Das ging dann auch zwei Stunden, sagt die Prominent-Moderatorin über das Telefonat. Das war auch sehr emotional, sehr laut, von meiner Seite natürlich, sage ich auch ganz ehrlich. Obwohl Amira nicht auf Details des Gesprächs eingeht, dürfte das Resultat für viele einer größeren Überraschung gleichkommen. Das war bitter nötig. Wirklich bitter, bitter, bitter nötig, deutet Ollis noch Ehefrau an. Tatsächlich sei das Telefonat auch wirklich mal gut gewesen. Und weiter, ich kann jetzt auch wieder normal mit ihm reden. Es waren einige Fragen offen, alles beantwortet. Wir haben viel geredet und ausgetauscht. Es ist okay jetzt grad. Es ist wirklich okay. Ich bin froh, dass man das gemacht hat. Der Zwist, der in den vergangenen Wochen zwischen Olli und ihr geherrscht habe, sei ja kein Dauerzustand, reflektiert Amira. Aber es ist auch klar, dass das so frisch in dieser Dimension natürlich überhaupt nicht machbar ist. Und ich glaube, da wird mich wohl jeder verstehen. Auch Olli hatte zuletzt in seinem Podcast, Die Pochers, frisch recycelt mit seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölten, 40, ungeahnt versöhnliche Töne angeschlagen, als er sich eine gewisse Normalität wünschte. Die Pochers, frisch recycelt mit seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-Wölten-W